Let's go, schönen guten Hallo. Hallo. Achso, man kann sich seinen Charakter doch angucken mit Kuh. Aber sobald du dich bewegst, geht er wieder in die Ego. Ah, das bin ich. So, was ist das hier von Bums. Das ist ein Parcours Island. Oh Gott. Ja, komm, jetzt springen wir überhaupt nicht mehr. Ja, jetzt. Okay. Es sollte schon das Level sein, anscheinend. Weiß es nicht. Jetzt mindestens irgendeine Zeit, blöd. Naja, weil es sind Checkpoints da. Ist das so ein Trainingsding, kann das sein? Parcours Island? Parcours Island? Halt. Ja, aber ich glaube, es läuft keine Zeit. Ich weiß nicht, was es ist. Habe ich vorher Zeit gesehen? Ja, lauf einfach übers Trampolin, ne? Trottel. So. Ja, super. Hallo. Hallo. Also, wie wir in der letzten Folge gelernt haben, der Herr Rassen hat herausgefunden, wenn man Stürze abbremst. Jo. Ja, komm. Ja, spring einfach ins Wasser. Ah, echt jetzt? So, und nun? Warum komme ich da nicht rüber? Ich bin doof oder so. Falschen Weg gegangen. Und jetzt lässt er mich nicht weiter. Ist doch voll für den Arsch. Alter, oha. Äh, wohin? Wie? Ach da. Okay. Ah. Okay. Zumindest hat das Level mal eine klare Linie. Ja. Ja, klar. Die Linie hatten die anderen auch. War halt scheiße. Ja. Ja. Hehehehe. Hehehehe. Äh. Moment. Ach so, da ist ein Trampolin. Also am erfolgreichsten bei mir war das Supermarktlevel da. Ja. Aber... Ähm. 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 Moment. Moment. Ja, spring einfach. Macht jetzt aber überhaupt keinen Sinn, über das Trampolin zu jumpen. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Alter, war Pfeile runter. Alter. Ähm. Ähm. Wo ist denn jetzt das nächste Ding? Ach, da unten. Okay. Oh. Ähm. Da bin ich aber jetzt zu langsam für. Ach, du heilige. Jupp. Hast du es geschafft? Nein. Hä? Hä? Wie kommt man denn da... Die kommen nicht mal nur auf die Rutsche jetzt. Ich bin zu blöd für die Rutsche jetzt. Gibt's ja nicht. So. Hab's. Ich hab's. Äh. Äh. Das freut mir für dich. Okay. Das glaube ich dir jetzt nicht so ganz. Wie? Einfach nur wie? Äh. Äh. Dieses Rutschending? Nein. Äh. Rutsche habe ich. Der nach der Rutsche. Da unten auf das Trampolin. Ich hab's eigentlich nicht so zutaten. So weit war ich. Es hat einfach, ist nicht gegangen. Kann nix dafür. Die Spiele ist schuld. Wie immer. Oh. Das ist natürlich jetzt bitter. Wohin? Da. Alter, das ist ja richtig, Peter, hier. Warum bin ich jetzt gestorben? Wies ich nicht. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich glaube vor dir. Hä? Bist du diese Bretter hochgekommen? Welche Bretter hochgekommen? Ja, schon lang. Oh, das ist ja schön. Bei mir lässt er immer los. Ah, jetzt muss ich die Rutsche nochmal machen, oder wie? So eine Scheiße. Boah. Er greift das Brett nicht? Einfach den Gegner springen. Ja, ja. Ja, hier, hier. Mach da nicht. Ach, scheiße. Und ich verstehe nicht, wie ich da weiterkomme. Bei dem Rutschenabschnitt. Ich verstehe es mit den Brettern nicht. Ja, ich bin halt... Sobald ich das Brett gehabt habe, bin ich weitergesprungen. Mehr kann ich da jetzt auch nicht sagen. Ah, jetzt. Oh Gott. Boah, der Abschnitt, der ist so dumm. Ja genau, der Abschnitt, der meine. Also nach der Trampoline, wie du da zum Checkpoint kommen sollst. Das verstehe ich nicht. Natürlich stirbst du. Äh. Er hat mir gerade auf einem geraden Weg zurückgesetzt. Ja, jetzt bin ich hier. Und weiter. Ja, das musst du in einem mit Speed machen, ne? Nein, gar nichts. Da unten ist nur eins. Nein, muss überhaupt nicht mit Speed machen. Ich habe einfach nur Trampolin übersehen. Da unten da ist? Ja. Oh lol. Oh lol. Ja. Gut, dass du das... Ey, diese Bretter, die wangen bei mir. Irgendwie rum. Ich bin auch grob voll... Äh. ...waser voll versemmelt. Bei der... Wo du jetzt gerade bist, bei der Bretter. Spring einfach immer an der Wand entlang, nicht auf die Bretter. Immer den grauen Dingens versuchen. Echt jetzt? Ich habe es versammelt. Ja, mal sterben. Oha. Ja. In die Wand gepackt. Sehr cool. Natürlich. Boah. Hier ist ein Checkpoint. So. Was ist das? Was? Was ist das? Wie? Übersehe ich gerade irgendwas? Leicht. Hier kommt man nicht hoch. Bin ich doof oder so? Gott. Wie das aussieht, wie du hier langläufst. Was seid ihr für Dinger? Deko. Okay. Deko. Wie du hier einfach so langleitest. Wie so ein Engel, ey. Bin der Engel? Da hat überhaupt gar keine Animationen, dein komischer Scheiß. Echt? Okay. Ja. Cool. Wer braucht schon Animationen? Ja, super. Ich bin schon wieder runtergefallen. Warum bin ich jetzt gestorben? Kann man es bitte irgendwer erklären? Du weißt, ey. Du wolltest mich doch verarschen. Hä? Ich komme von dem letzten Brett nicht. Nein. Wand hoch. Ich auch. Ich auch nicht. Ich komme jetzt gerade irgendwie überhaupt nirgends mehr hin. So, ich bin am letzten... Aha. Hier. Oh Gott. Das wird doch 10 Minuten Lauf, oder? Boah. Mindestens. Oh. Scheiße. Hast du abgekürzt, oder bist du über des Scheißdingens? Ich bin über des Scheißdingens. Und ich weiß nicht wohin. Du bist vom Checkpoint runtergefallen. Wohin? War richtig später. Äh, das war die falsche Dichtung, oder? So, hier habe ich den Checkpoint. Und jetzt? Auf die andere Seite. Ja, aber wie? Na, über das Seil. Ja. So weit war ich. Dann an die Stange. Ach, okay. Doch so einfach. Oh, hier ist wieder irgendwie eine Rutsche. Okay. Okay. Ach, du Scheiße. Da kommen Stacheln. Danke. Oh, und auch noch ducken. Fuck. Also, irgendwie ist Parkour Island aber ganz cool. Muss ich sagen. Boah, ist... Ja, ich war doch geduckt. Ja, warte mal nach dem Geducke. Freu dich. Oh. Oh. Na, ich glaube er hat es gesehen. Ja, Doppelsprung war da nicht so cool. Ach, du Scheiße. Ich bin da zu schnell für. Boah, das schaffe ich nicht. Ich muss. Hängst du auch bei den Stacheln da? Ne, ich habe es. Wie kann man das haben? Das geht nicht. Äh, wie soll ich da jetzt runterkommen? Nein. Das wird nichts mehr. Also, ich bin am letzten Checkpoint, aber ich habe keine Ahnung, wie ich an den rankommen soll, weil... Ah, doch. Da ist ein riesen X. Okay, ich bin durch. Ja, bei mir dauert es. Wenn ich jetzt nicht hier die Seile verkacke... Hier, hier, hier. Das Spiel hängt. Geil. Perfekter Ruckler. Nein. Perfekter Ruckler. Ich habe Monokel freigeschaltet. Ja, wie cool. Ja. Bin kurz davor, hier aufzugeben. 30 Minuten 31. Nächster. Äh... Hä? Hey, wieso kann ich dir nicht mehr zugucken? Du musst ins Hauptmenü. Ich kann nicht zusehen. Du musst also das Ding verlassen. Parcours verlassen. Kann nur zurück zum Menü. Ja, genau. Mach das. Und dann steht zusehen. Nö. Doch. Nein, steht auf der Map nicht. Tatsache. Doch. Ganz bestimmt. Nein, selbst wenn ich auf der Map drauf bin, geht es nicht. Und das ging ja vorher da. Das ist ausgegraut zusehen. Boah, jetzt bin ich drüber gesprungen und... Und... War dann drüber. War ich zu schnell. Boah, ist das eine Scheiße. Ah, jetzt kann ich dir zusehen. Sag ich doch. Ja. Viel zu schnell da. Du musst bei den zweiten Stacheln nur einmal springen. Okay. Spät. Wow. Puh. Wenn du das hast, dann ist easy der Rest. Ja, wenn. Ja, schaffste. Ja, 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 ja. Das ist ja heute und morgen nichts mehr vor, oder? Ah. 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 Nur einmal springen, sagt er. Doch, eigentlich schon so ein bisschen. Ne, wirklich nur einmal springen. Ohne Scheiß. Ja. Und dann halt aber auch springen. Ach so. Ja, ja. Ja, okay. Das hast du vorher nicht gesagt. Siehste. Wow. Und nun? Hoch. Ohne Scheiß. Das ist das auch. Ja, das ist das auch. Alles klar. Sehr gut. Wo ist es? Wo? 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 Wo ist es? Wo? auf das ding springen so habe ich es gemacht ja ich muss halt ja treffen ok und nun ja du müsstest rein theoretisch auf das x ja aber ist es direkt hinterm start kann wir beim start einfach umdrehen wollte vom ohne du kommst nur vom x aus dahin wollte über diesen dieses holzding da muss da hoch genau und dann diese seile da benutzen was war das für zeit 30 minuten oder so also ich hatte 15 das hast du 18 18 35 vielen dank fürs ansehen bis denne tschüss